Ich kann einfach nicht glauben, dass du der gleiche bist, der sonntags neben mir in der Kirche sitzt. Wir sind nicht in der Kirche. Wir sind im Business. Versteh das endlich. Ein Fan ist schlicht und einfach definiert als ein enthusiastischer Bewunderer. Für sehr viele Menschen ist diese Einladung, Jesus zu folgen, sich selbst zu verleugnen, einfach zu viel. Keiner geht noch. So, dann zum Wohl. Sie will die Scheide. Ich kann nicht atmen, Eric. Und wenn ich gestorben wäre, lebst du immer noch? Vielleicht will Gott mir ein Zeichen geben. Was für ein Zeichen? Wir haben dieses riesige Haus und es fehlt uns an nichts. Aber ich verliere fast meine Familie. Offensichtlich brauchen wir mehr als das hier. Tut mir leid, Sir. Haben Sie vielleicht etwas Geld für uns? Diese Menschen sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Alle gute Absichten werden das nicht ändern können. Jesus sagte, wenn du den Bedürftigen hilfst, dann hilfst du mir. Gar nichts zu tun ist keine Option. Es gibt keinen Glauben ohne Nachfolge. Jesus wendet sich an seine Jünger und stellt die eine entscheidende Frage, die unser Leben bestimmen wird. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Keine Errettung ohne Hingabe. Ich will mich nicht bei den Heuchlern wiederfinden. Heuchler und Nachfolger unterscheiden sich durch Liebe. Er will keine Fans. Er will vollkommen hingegebene Nachfolger. Not a Fan. Vertraue und Handbuchstrand. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020